Hallo Leute, ja ich will gar nicht lange um den heißen Brei drüber rumreden. Der Termin für das Event hat sich verschoben aus dem einfachen Grund. Haben sich bis jetzt wirklich gerade mal 20 Leute angemeldet und das ist ein bisschen dünner. Viele, viele haben mir geschrieben, dass sie in der Zeit nicht können, dass der Termin äußerst schlecht liegt. Und normalerweise sage ich ja, irgendeiner kann immer nicht, aber diesmal sind es wirklich sehr, sehr viele. Deswegen verschiebe ich den Termin um 14 Tage. Das fällt bei vielen in den Herbstferien, nicht bei allen, aber bei vielen. Und zwar würde dann ein Freitag, und zwar genau der 18.10., ja, bleibt bei 20 Uhr. Aber der Termin verschiebt sich auf den 18.10. So, anmelden und so weiter bleibt alles wie vorher auch, ja, an helmsevent.gmail.com für Freitag, den 18.10. Der Rest steht in den Fußnoten, das war es von meiner Seite aus. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und habe die Erde. Tschüss!